Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbel, hinter der Kamera Lazy Up. Und heute geht es um die Wurmkiste von wurmwelten.de. Wir sind hier in dieser wunderschönen Umgebung des Schlosses Ippenburg am Sommerfestival und wollen uns jetzt doch diesem etwas niedrigen Thema abgeben. Und Jasper erklärt uns, dass es eben nicht so niedrig ist. Hoffe ich wenigstens. Jasper, die Wurmkiste, wie funktioniert sie? Die Wurmkiste ist eine ganz einfache Sache. Man schmeißt seine Küchenabfälle in die Kiste rein. In der Kiste selber ist eine große Menge an Kompostwürmern. Das sind spezielle Regenwürmer, die organisches Material schnell umsetzen. Damit aus Küchenabfällen und eben auch anderen Sachen wie Kartonage... Also Kartonage auch? Das ist eine Toilettenpapierrolle? Das ist eine Toilettenpapierrolle, genau. Zeitungspapier, Kartonage, Eierkartons, alles was unbedruckt ist, beziehungsweise was nicht farbig bedruckt ist, ist kein Problem. Druckerschwärze ist auch in Ordnung. Genau, sonst würden die Würmer farbig, oder was? Genau, nein, da geht es dann um Schwermetalle, die man nicht im Garten haben möchte. Genau, also man schmeißt seine Küchenabfälle da rein. Irgendwann ist diese Schicht voll, trotz dieser großen Menge an Kompostwürmern. Und dann tut man die nächste Schicht oben drauf. Noch eine Frage, Jasper. Ja. Ist diese Würmer, das jetzt wirklich dieses Material ist? Wo haben die die Zähne? Wie können sie so einen Salat essen? Das hast du gut erkannt, so ein Wurm hat nämlich keine Zähne. Ein Wurm kriecht erstmal über die neuen Abfälle hinüber, verteilt damit seine Bakterien. Die Bakterien zersetzen dann die Zellen und wenig später, beziehungsweise ein paar Tage später, kommt der Wurm wieder und schlürft diese Suppe aus Bakterien und Nährstoffen auf. Dann schmeckt es ihm? Dann schmeckt es ihm, dann ist es mundgerecht. Wie geht es jetzt weiter? Wenn die Kiste ungefähr drei Viertel voll ist, kommt die nächste Schicht oben drauf. Die Hanfmatte zieht man mit um und ab jetzt wird in diese Schicht gefüttert. Das geht so weiter, bis auch diese Schicht ungefähr drei Viertel voll ist. Man wiederholt den Prozess, setzt eine neue Schicht oben drauf. Was ist die Funktion der Hanfmatte? Die Hanfmatte macht den Kompostprozess einfacher. Sie sorgt dafür, dass es auf der Oberfläche des Substrates feucht, dunkel, aber trotzdem atmungsaktiv ist. Das ist das optimale Milieu, damit die Würmer schnell den Kompost umsetzen. Sie ist nicht zwingend nötig, aber wie gesagt, sie macht es sehr viel schneller. Auf Dauer wird sie von den Würmern aufgefressen. Auch das? Auch das. Aber an den Plastik gehen sie nicht? Nein, das tun sie noch nicht. Okay, dann sind wir froh. Genau. Also wenn die zweite Schicht voll ist, setzt man die nächste leere Schicht oben drauf. Auch die füllt sich dann fast bis zum Rand. Das sieht nach Turmbau zu Babel aus. Geht das unendlich hoch? Nein. Wenn die dritte Schicht voll ist, dann ist in der unteren Schicht nur noch reiner Wurmhumus. Das sieht dann so aus. Warum ist das so körnig? Ja, das ist, weil es mehrmals von den Würmern aufgefressen wurde. Es ging mehrmals durch einen Wurm durch. Und man sieht auch, sie schaffen nicht hundertprozentig alles. Das hier sind zum Beispiel Avocadoschalen und auch Eierschalen werden fast unbearbeitet hinterlassen. Trotzdem ist das jetzt sehr hochkonzentrierter Dünger. Das ist also nicht Komposterde, sondern Dünger, der voll mit Mikroorganismen und hilfreichen Bakterien ist. Letzte Frage noch zum Funktionieren. Filtere ich das raus oder gebe ich das jetzt auch in den Garten oder in die Töpfe rein? Man kann es mit einem Kompostieb ausfiltern, aber es ist kein Problem, das direkt zu verarbeiten. Auch die Eierschalen. Herzlichen Dank Jasper und bis zum nächsten Wurm. Hm, wie geht es weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht es zu Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier, ja hier gibt es Gartenvideo.com, wo Sie einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier, ja hier gibt es Gärten.com, wo es mehr Gartenunterhaltung und mehr Garteninformation gibt. So geht es weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen. Pflücken Sie jetzt